Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video und ich wollte euch im Nachhinein sagen, es ist wirklich ein sehr harter Bruch. Das werdet ihr am Ende sehen. Also am Ende habe ich echt an diesem Level sehr lange gehangen. Es war echt mies. Sehr mies sogar. Ich war so richtig gebrochen. Aber sonst gingen die Levels, aber ja, es gab schon andere Brüche. Aber der war echt heftig. Und lasst gerne dafür ein Like, Abo und einen Kommentar. Das würde mich ganz sehr freuen. Und dann schicke ich euch mal ins Video und ich verabschiede mich damit und tschau. Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Duck and Spare. Und wir legen direkt los. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir nehmen die Eier nicht immer mit. Ey, wie unfair. Das ist richtig unfair. Wenn ich schon am Anfang sterbe, dann endet es immer schlimm. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ist das Ei schwierig zu holen. Das Ei ist schwierig, glaube ich. Oh. Zack. Zack. Ich darf nicht so wild sein und schnell vorangehen. Das Ding muss nochmal zurückkommen. Ich hasse dieses Bouncen so extrem. Ja, okay. Ich lasse das Ei zurück. Oh Gott. Ja, ich lasse das Ei zurück. Ah. Ey, wie unfair. Wir lieben dieses Spiel. Direkt schon am Anfang der Folge. Nein, ich lass das Ei zurück. Ich krieg das Ei nicht. Oh, mein Gott. Yes. Nee. Oh mein Gott. Double Sprung. Das Level ist nicht unmöglich. Hm. Man muss nur wissen, wie die Technik immer ist. Da hat es nicht funktioniert. Oh mein Gott. Ihr wollt mich doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Millimeter. Das muss gefixt werden. Das ist so egerhaft. Nein. So. Okay. Jetzt habe ich das geschafft. Oh mein Gott. Ehrenlos. Was? Ha. Mich kriegt ihr nicht. Waaat. Nein. Ich bin zurückgesprungen. Ich bin zurückgesprungen. Das war so dumm. Ey, Digga, wie soll ich denn das stoppen? Das ist voll nervig. Ey, das ist unfair. Ich bin runtergepluckt ein bisschen. Ha! Ah! Nein, ich hasse dieses Bouncen. Oh Gott, das war doch leicht. Oh nee. Na! Okay. Oh Gott. Das war dumm. Es ist eine Frage der Technik. Ha! Nein! Schande über mich. What? Oh Gott. Ein Checkpoint. Ein Checkpoint. Ja! Der Check... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn das für eine Presse, Digga. Oh nee. So sind wir jetzt wieder hier. Geil. Logik. Oh. Es ist so geil, Digga. Man sieht gar nicht mal, wo die Füße sind. Richtig. Und bei so einem Rotz baut es auch noch. Tuh. Ohne es rüber zu schauen. Oh. Oh. Ja. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Miesestes Level der Welt. Ja, Freunde. Wenn euch das Video heute gefallen hat. Größte Buch der Welt. Lasst gerne ein Abo. Like. Kommentar da. Wird mich ganz davon. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.